Heute haben sich ganz viele Jugendliche bei der Sparkasse in Brings versammelt. Weshalb denn? Weil wir Gülcan treffen. Ja, im Hückel und Gülcan. Und wer genau ist Gülcan? Wir haben eine Moderatorin von Viva. Promi. Und was zeichnet sie denn genau aus? Cool, Leute. Und was ist das Besondere denn an ihr? Ähm, sie ist berühmt und sie ist hübsch. Ja, sie gefällt uns schon gut, aber das Besondere... Sie redet immer so viel. Sie redet immer so viel. Was kennst du von ihr alles? Oh... Moderator von Viva. Zum Beispiel Gülcan und Colleen ziehen aufs Land. Hast du dir das auch täglich angesehen? Ja. Glaubt ihr, dass sie ein Vorbild für euch ist? Ähm... Nein, aber sie ist voll cool. Ja, sie ist voll cool. Und sie ist voll hübsch. Ja. Wenn ihr sie gleich trefft, was würdet ihr sie denn fragen? Ähm... Ob ihr fürchtet ein Foto mit ihr machen dürften? Und du? Ob ihr ein Autogramm kriegt? Ein Oma Foto und ein Autogramm halt. Und was Persönliches vielleicht auch? Ähm, wie sie zu einer Moderatorin war, vielleicht. Weiß ich nicht genau. Bist du Single? Ja, halt... Äh... Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Bin zu aufgedeckt. Was sie so im Alltag tut und so. Ja. Wie, wie sie... wie sie so. Ich sehchen die Oma Foto. Ob sie, ob sie dann gern mag oder so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Halt! Hey, 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 hey!